Und da heißt es hier in Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Aber bevor ich dir den Vers erkläre, lass mich deinen Fokus darauf lenken. Was es hier heißt in Vers 17, 18 und Vers 20, da ist in Vers 17, dass eure Zusammenkünfte nicht besser werden. Dann Vers 18, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und in Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt. Und lass mich dir kurz erklären, dass die Gemeinde, dass die Kirche eine Versammlung von Gläubigen ist. Das heißt, Gemeinde ist nicht Online-Gottesdienst. Du denkst jetzt vielleicht, ich sitze zu Hause und schaue den Livestream und bin deswegen jetzt in der Gemeinde, bin Teil von der Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Nein, du bist nicht Teil von der Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Und es gibt diese Leute manchmal, sie halten sich irgendwie als Mitglied unserer Gemeinde oder irgendeiner Gemeinde. Oder sie sagen irgendwie, ja, ich bin schon seit so und so vielen Jahren Online-Mitglied. Habe ich schon mal gesehen sowas. Was für ein Quatsch. Diese Leute haben nicht verstanden, was Kirche, was Gemeinde bedeutet. Aber wir finden hier eine wunderbare Definition, nicht wahr? Das heißt, Zusammenkünfte, Vers 17, Vers 18, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, ja, man kommt eben zusammen. Man sitzt nicht zu Hause alleine, sondern man kommt zusammen. Und besonders Vers 20 ist super eindeutig, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt. Die Gemeinde ist, wenn wir am selben Ort zusammenkommen. Dann ist es Kirche. Dann ist es Gemeinde. Das heißt, genau genommen, wenn wir uns trennen, wenn wir getrennte Wege gehen, dann ist es keine Gemeinde mehr. Denn die Gemeinde ist immer die Zusammenkunft, die Versammlung von Gläubigen. Und natürlich, in unserem alltäglichen Sprachgebrauch könnten wir von unseren Gemeinderäumlichkeiten als von der Gemeinde, von der Kirche reden. Und wir wissen, worum es geht. Okay, ich denke nicht, dass das schlimm ist, aber genau genommen, was ist die Gemeinde? Die Versammlung von Gläubigen.